Im Hamburger Hotel Atlantik präsentierte sich Costa Kreuzfahrten mit einer eleganten Lounge beim diesjährigen Movie Meets Media Event. Prominente treffen hier auf Wirtschaftsentscheider, Medienvertreter auf Produzenten und Regisseure auf Castingagenten. Ein perfektes Forum für alle Beteiligten, um erfolgversprechende Kontakte zu knüpfen und Bestehende zu pflegen. Und beim Thema Kreuzfahrten kamen auch die Prominenten sehr schnell ins Schwärmen. Ich liebe Kreuzfahrten. Es gibt nichts Schöneres, nichts Edleres, als von A nach B zu gelangen. Es ist wirklich wahr. Vor allen Dingen bin ich immer so ein bisschen hyperaktiv im Urlaub. Und bei einer Kreuzfahrt bin ich einfach so ein bisschen dazu gezwungen, auch das ruhig anzugehen. Ich möchte mit einem Kreuzfahrtschiff auch einmal um die ganze Welt. Movie Meets Media ist zu einer der bedeutendsten Medienveranstaltungen der deutschen Film- und Wirtschaftswelt herangewachsen und verbindet auf faszinierende Weise Business und Vergnügen auf höchstem Niveau. Ich liebe es. Ich liebe es, auf dem Wasser zu sein. Ich bin am Wasser auch nah gebaut, aber ich bin auch am Wasser aufgewachsen. In Timmendorf, gar nicht so weit weg. Und habe auch schon mehrere Kreuzfahrten hinter mir, muss ich sagen. Habe auch gelesen schon auf Kreuzfahrten. Wunderbar. Macht mir sehr viel Spaß. Mit Italien verbinde ich, dass wir dort geheiratet haben. Vor zwei Jahren in Venedig. Mit Italien verbinde ich schöne Frauen. Tolle Mode und mehr Urlaub, tolles Essen, Spaghetti-Wahlen. .